moin moin mein lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zur weiteren folge kapett das theater mit der schreinen die wir haben wir hinter uns gelassen und was können wir jetzt machen für nur noch hin über nicht längst das haben wir schon geschafft aber ich habe gar nicht geguckt aber mit dem hier schnacken ihr glaubt ihr säßet in vielfarbigen schwierigkeiten oder wie wäre es wenn ich euch verrate wie ihr in grautönen sehen könnt so wie nur ein pazifistischer zocker sehen kann super würdet ihr brutalen tässchen wir glauben wenn ich euch sage das frage ich mich so hier habe ich jetzt hier noch ein level gibt raue see kala maria ja noch mal ein kala maria macht mir mal gar nichts das zischt normalerweise trinke ich gar nichts mit kohlensäure ich trinke noch wasser aber mir gefällt so ein bisschen ach ein online ein flug links mir gefällt so ein bisschen ab und zu mal eine kleine apfelschorle hübsche kleine tante ok warte oh verdammt aber kann ich glaube ich meinen 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 links benutzen für sie ist noch nicht wie kann man denen ausweichen wie kann man denen ausweichen da ist ein abgefahrener typ ok warte mal warum eine bombe am anfang war klar hier ist das noch mal das geht nicht wahr ich dachte ich könnte mit meinem verschwinden die buster machen und das geht anscheinend ich muss auch abg Oh, die sind ja ätzend, die Dinger. Ich hab noch nicht mal die erste Phase geschafft. Okay. Kann man... Ah, warte mal. Kann man denen ausweichen? Muss ich mal rausfinden, wenn man die ausweichen kann am besten. Oh. Ich hatte aber so einige Viecher da im Gepäck. Okay, man kann ja ausweichen, okay. Natürlich schwierig, wenn da viele andere Gegner kommen. Ah, Mist. Ah, Mist. Oh. Das ist wirklich hart. Okay, aber die könnte man... Da müssen wir vielleicht... Können wir die Bomben nicht arbeiten hier? Warten wir halt nur den Schüssen. Was ich mach? Okay. Geht er noch? Ah, Mist. Aber man kann den ausweichen, das ist schon mal gut. Oh, was ist denn das für ein Fisch? Oh, Mist. Oh. Okay, wir sind aber schon mal weitergekommen. Hier ist ein wirklicher High-Class-Bout. Andrienne! Gut, das war mir gar nichts. Wir werden testen. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, schon wieder. Okay, aber mal sehen. Tut dieses Wasser mir nichts, was von unten kommt? Keine Ahnung. Gibt mir gar nichts. Ich dachte, ich müsste irgendwas machen mit dem Wasser, aber das tut mir gar nichts, das Wasser. Okay. Oh, jetzt hat sie noch so Kappel. Ah, okay. Eieiei. Oh. Oh, nein. Oh, oh. Yes! Okay, das war mal der schnellste Sieg überhaupt. Ich dachte wirklich, die wäre sauschwer. War sie gar nicht. Ei, 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 ei. Also, das war wirklich mal auf den Punkt. Sehr cool, sehr cool. Was ist denn da noch mehr gebraucht? Acht Minuten 50. Bin fertig ungefähr. Doch, da kann ich mir selbst loben. War doch nicht schlecht. Mein Gott. Das war schnellste Gegner diesmal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so schnell fertig gemacht wird. Ja, super. Ja, geil. Carla, Marie haben wir auch. Wie viele haben wir jetzt? Wer fehlt uns denn noch? Ist hier noch einer? Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Amen.